Dieser Schrott, der immer dabei ist, das mag ich nicht. Wie soll man das so machen, dass man in den Dungeons weniger Schrott findet? Ja. Welche Scale-Ristung hast du? Zeig mal. Ich habe Brustpanzer. Brustpanzer. Bringt nichts, wenn beide solche anhaben. Bis weg. Gibt Set Bonis. Wenn wir alle vier haben, dann soll einer die Scale tragen. Denn mit allen Teilen ist sie stärker. So. Ähm. Wir schauen mal den Sattel an. Eine Feder. Jocobo Feder. Wir holen mal eine Jocobo Feder. Und die Kühe gehen schon überall hin. Die waren raus schon. Also hier dritten waren irgendwo Jocobos. Da. Genau. Die hinterlassen diese Federn. Und wenn wir so eins haben. Genau. Dann machen wir das so. Und jetzt brauchen wir noch Gysal. Das ist unser Stab. Hier. Ähm. Wir sind so weit. Wenn du sie craften kannst. Okay. Weiter braucht man Hexical Essenzen und so. Erst wenn Stiefel auch. Damit er ja nicht mehr steht. Okay. Jocobo. Es sind leider zwei Weibchen. Aber ich habe gerne Weibchen. So. Hab dafür was besseres. Schau mal. Damit du nicht mehr stirbst. Geht das? Ja. Ja. Ich kann es nicht irgendwo reinsperren. Das geht leider nicht. Da. So. Ähm. Jetzt muss ich an Choco... Gib mal Chocopedia, please. Schaffst du es ja. So. Ähm. Ich habe es gar nicht. Du musst es zu extra aus. So. Und jetzt können wir hier schauen. Rename... Ähm... Drago... Okay. So. Okay. Kann man das irgendwo sehen jetzt? Ja. Man kann es sehen, wenn man das Ding nimmt. Stay. Confirm. Follow. Stay. Stay. Change. Ohne. Ja. Drop. Gear. Stay. Name. Hidden. Show. Show. Ich nenne es Chockey. Wie beim Hero Projekt. Dann schaust du halt nicht. Ich habe ein bisschen was von dir verheilter. Ich pollutere auf dich. Hey Gott! Die update sind verschuldig. Ja. In Papade. Euer muss doch zusammen machen. Such die Blumen. Er macht einfach alle weg und er meint, er braucht mehr. Die sind schon ein bisschen komisch. Die sind selten. Sollten eigentlich selten sein. Was man da für Sex braucht. Man braucht nicht Enggüt, man braucht. Goldnockets. Ah, Chocobuffete. Ah, doch. Gold. Chocobuffete. Auch nicht. Wistle, was ist denn das? Weilen. Wie ist das? Die Rezepte sind gar nicht dabei. Ok, mach ich halt keine Feder. So, ich schau mal was mehr Schaden macht. Mach bitte öfters Tag. Wir wollen in dieser Situation keine Creeper. Also, 9 Schaden, 7 Schaden, 9 Schaden, 10 Schaden. Ok, Spide ist gleich gut. Wir nehmen die Sichel, weil die ein Hand ist, glaube ich, oder? Wahrscheinlich schon. Oh, hier ist auch noch eine Creeper. Hier hat auch schon einer kaputt gemacht. Ok, die Sichel macht nicht immer neuen Schaden, aber sie ist besser. Oh, falsche Tür. Ok, so. Oh, kannst du? Ich sehe nichts. Jetzt reparieren. Jetzt kann ich das nicht mehr reparieren. Kommisch. Hier kann ich das reparieren. Also machen wir mal Feierabend. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.